Zuletzt habe ich ja diese wilden Kampfeffekte zu meinem Herr-Anball-Spiel hinzugefügt. Und in einem ähnlichen Stil wollte ich jetzt auch noch Lauf- und Sprungeffekte machen. Dafür brauche ich mal wieder Unity's Particle System. Mit dem kann jemand, der es drauf hat, die heftigsten Effekte erstellen. Bei mir sah das Ganze am Ende aber leider nur so aus. Äh, ja. Das ist ganz schön hässlich. Ich habe mich dann nochmal drangesetzt und so sieht das Ganze jetzt aus. Nicht schön, aber selten. Und fürs Erste werde ich es mal so lassen. Was mit dir?